Mit dem Wolter Straußenei mit und ohne Seil haben Vier- und Zweibeiner gemeinsam jede Menge Spaß. Das unregelmäßige Sprungverhalten des Eies erhöht die Spielfreude für beide und fördert nebenbei die Koordinationsfähigkeit des Hundes. Die Straußeneier sind aus reinem Naturkautschuk geformt, natürlich gefärbt und somit absolut unbedenklich für den Vierbeiner. Zusätzlich sind die Eier sehr strapazierfähig, kaufest und mit Leckerlis befüllbar. Das Straußenei ist in Größe S für die Kleinen, Größe M für mittelgroße Hunde sowie in Größe L für große Hunde erhältlich. Für alle, die das Straußenei mit noch mehr Schwung werfen wollen, gibt es eine Ausführung mit integriertem Seil. So fliegt das Straußenei noch weiter und der Spielspaß steigt. Zudem hat der Hund eine weitere Möglichkeit, das Ei aufzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017